Im Internet würde ich, also ehrlich, viel, viel, viel mehr lesen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag einfach nicht. Zum Glück gibt es Videos von CA-Media, weil die kannst du anschauen. Mhm. Ich heiße Marc Bastl, bin 33 Jahre alt, spiele im ZSC seit 2007. Nicht ein guter Platz zu sein. Ja, es ist Schmerz. Wir sind Part of the Game. Kein Fashionista. Ich liebe das Leben. Ich hasse verlieren. Mein Vorbild, mein Vater. Es gibt schon ein paar Charme in der Mannschaft. Wasser. Ah, ein Spieler wie, sagen wir, Luca Conti. Sushi. Ich brauche einen Stock für das Spiel. Schöne Stadt. Bin ich offen? Nein. Es ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Toll. Ich unbinde meine Schuhe. Keine. Heißhockeyspieler zu sein. Das Wichtigste in meinem Leben. Ich habe eine Freundin. Nein. Musik. Ich höre das gerne. Überall. Wir haben keine hier in Zürich. Mein Zürichdeutsch. Mein Hochdeutsch. Mein Hochdeutsch. Ohne Hockey wäre ich traurig. Das weiß ich noch nicht. Es ist noch offen. Viel Spaß im Hallenstadion. Viel Spaß im Hallenstadion. Uh Und andere. Mehr Freizeit. Mit dem ZSC dürfen. Gönnen Sie mit uns. CA-media. Ihr Partner für Web TV, Image Videos und Event Reportagen. WBW CAMedia.CH کimetHola Video und erklärt witness End cin управłada.